und damit herzlich willkommen bei der neuen folge star wars in battle von 2 ich freue mich dass wir dabei sein ja angriffsmodus heute wieder ein bisschen angriff weil wir sollen drei runden beenden das ist ein erfolg täglicher und ich hoffe dass wir heute ein bisschen was freischalten ich habe extra angriff genommen weil man da ein bisschen näher an den gegner rankommt denn ich brauche noch sechs kills mit dem schweren truppler damit wir die waffe mal ein bisschen optimieren denn die ist so käse und ich hoffe sie wird ein bisschen besser dadurch so angriffsmodus hat mir ein ganz gut gefallen nein ich hoffe sehr schwer und wie gesagt sechs kills mit der dc 15 le und wir bekommen das ding hier auf geht's wenig spiele aber dafür doppelt so viel action wie manchmal sonst okay los geht's schon wieder warum hände ich vor hier einfach mal eiskalt sabotieren wir haben das werfegranate was solltun ab oh nein oh mein schild da war mein schild schon wieder weg während ich ihn töte hat er mich geprüdet na gut ein kill mehr mit den schweren okay noch fünf oh kass wir sind zeitgleich angekommen komm mann die runde vorbei bis sie wieder einsteigen darfst zielbeter verdrahtet und bereit zur zerstörung wo sind sie denn da oben wow 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 beschädigt habe ich aber einmal meine kontaktgranate mann ich fall ja schneller um als als eine pappfigur hier was ist denn wieder geht schon wieder los aber ist angriffsmodus da ist das nicht schlimm man müsste nur mehr truppen haben ich sehe nichts wegen dem zeichen aber irgendwas ist ein schild glaube ich hahaha meilensteinerein ein meilenstein was noch eine terminiert sie haben es deaktiviert das gibt es doch gar nicht oh mann ja die kontaktgranate taucht irgendwie nicht die bohne naja dann müssen wir den aber upgraden geht gar nicht ne mit dem gefecht wir müssen viel alpha erneut sichern erneut sichern okay ich glaube ich krieg schon wieder mal auf den sack gut gemacht leute wir haben alpha gesichert countdown läuft wo ist mein schild ooooh ernsthaft ey boah die spielen alle ca2 ne das ist so ätzend ne ich hab den richtig gut angehittert hab das gesehen und der fällt nicht tot und was soll man denn da noch tun ja das blockieren die doch die sind doch jetzt da ja haben sie okay wir können wenigstens nur das upgrade haben scheiße scheiße die einsätze sind verziert sicher sind bereit ich brauche hp ich brauche hp ich brauche hp ja booste mich doch mal offizier ist wir schützt jemanden mit unserem leben werfen märkten das müsste sein Keine AP, äh, was für Fühlung Ui Ja, der ist down Haben sie nicht geschafft Und der andere läuft auch Die haben sich auf den Falsch konzentriert Uh, 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 uh Uh, ich bin noch einfach heller Runde gewonnen Oh, komisch, wenn die Runde so schnell zu Ende ist Man zwei Ziele einnimmt, aber es macht nichts Die ist ja noch nicht ganz zu Ende Die Punkte werden dann noch zusammengezählt Man kriegt ja richtig gut Punkte Aber dafür gehen die Runden auch sehr lang, teilweise Ob wir noch Schufe 30 wären mit dem Schweren Ich sichere euch Nochmal das Silbe Das ist ja nicht immer Abwechslung So Jawohl Autsch Scheiße Aber Spiele ausgeschaltet, darum ging's So Ich bin bei euch Ja, Angriff ist schon eine coole Runde Zack Entfalse die Linie Ziel Alpha ist sprengbereit Und halt durch Ich zieh das durch Okay, weg mit dem Ding Und jetzt müssen wir, die kommen mal von da oben Wow Was war das denn? Sie haben Ziel Alpha entschärft Ich hab erstmal, äh, Ziel, äh, keine Ahnung Meilenstein erreicht Spere zu bleiben mit 3D Ja, zwei Meilensteine in einer Folge Ich habe das denn wie möglich Lernsteine in einer Folge Ich bin bei mir Und bleibend Sprengsätze bei Ziel Beta Fast bereit zur Sprengung Faltanzziel Beta wieder gesichert. Haltet die Ordnung von Ziel Alpha fern. Der bitte, der bitte, der bitte, der bitte. Okay, Vollgas! Vollgas! Alpha zerstört! Ah, das war gar nicht meiner. Zielorientiert, Punkte gemacht. Ich schaue, dass man die hier nicht so wirklich benutzen kann. Keine Ahnung, wie viele Kills mir noch fehlen. Jetzt habe ich den Überblick komplett verloren. Werden wir am Ende der Runde sehen? Wahrscheinlich einer oder so. Der wird wieder fehlen, ganz klar. Das ist so nah, ne? Komm, mach den scharf. Und, wie fliegt der? Das ist ja noch schuld, wenn du da durchkommst. Obwohl ich schieße. Power. Einsätze bei Beta, fast bei Null. Okay, die Runde haben wir drin. Was wird jetzt? Beide Teiljäger ausgeschaltet. Für den Widerstand. Wie ungewohnt, dass ich mal in der Siegerrunde bin. Ja, fast gruselig. So, ich bin mal gespannt, wie viele mir noch fehlen. Den meisten Kills habe ich mit irgendjemand anderem gemacht. Als das, was ich wollte. Oh, dritter. 3-2-Spieler. Stolzer Tim. Stolzer Tim. Irgendwann bin ich mal erster. So, wow. Das ist mal ein Level-Up hier. Also, fast. Wahnsinn. Nein. Ich habe es doch gewusst. Es fehlt wieder ein einziger Scheißkill mit der Waffe. Schlag zurück. 1000 Credits. Ach so, genau. Die Belohnungen sind echt... Was soll ich denn mit den Credits jetzt auch anstellen, ne? Verbesserter Zoom. Und dann kriegen wir irgendwann mal mit 80 Kills noch die FWMB. Aber dafür einen reduzierten Rückstoß für die DC15LE. Das könnte ganz interessant werden. Forschungsstation 9. Okay, das wird ja... Endor. Ein Kill mit dem schweren Truppler. Das ist nicht, dass er übergewichtig ist. Nein. Der ist einfach schwer. Ich weiß auch nicht, wo der irgendwo schwer ist. Eigentlich schliebt der genau so schnell wie alle anderen bei mir. Aber er hat es halt drauf. Er hat es halt drauf. So. Na gut, er hat schwere Waffen. Wie erlaubt die Befehle? Töte sie alle. Die Rebellen kommen. Sie wollen unsere Datenpakete. Die, die wir vom Planeten runterbringen. Haltet Wache. Eliminiert alle Angreifer. Ein Ziel. Wow, rüppel. Das wird ja hart. Stören die Sessoren der Rebellen. Die sind gleichzeitig wie wir da, mit Sicherheit. Wer für Granate? Idiot. Ich versuch was wert. Ein Kill. Muss drauf los. Wow, zurückkippen das so. Da war er. Da war er der Kill. Sehr schön. Überspringen. Da können wir jetzt eine andere Klasse nehmen. Und zwar wieder den alten Offizierski. Den natürlich auch noch massenhaft Kills fehlen. Boah, 160 Kilometer. Wir werden die Rebellen zertreten. Jemand transportiert die Dateien. Aber die müssen nicht an mir vorbei dafür. Das ist doch Wahnsinn, oder? Was ist denn jetzt hier? Wer drückt denn das auf einmal? Ich mach doch nichts im Hintergrund. Geschützbereit! Hm? Why? Was ist die da? Granate auf dem Weg! Rebellen haben sie da fallen lassen! Rebellenkauf! Der Feind hat das Paket an sich genommen! Der Feind hat das Paket fallen lassen! Ja, kann doch nie wahr sein. Die Rebellen werden fallen! Ein Läufer der Rebellen hat das Paket! Lachein ungeschöpft! Los, los! Was? Warum ist das? Was ist das denn mit dem Bein? Mann! Diese Pizwaffe, ne? Okay, weiter geht's! Weit, weit laufen! Ein sinnlosen Boost! Das Imperium ist ewig! Ewig! Elf Gegner haben die noch! Also elf Teilnehmer! Das muss man erst mal da ist, ey! Da vergeht das schon eine halbe Ewigkeit! Wow! Hat sie nicht gewehrt! Hat sie in die Vicky-Fee gewählt! Oh Gott, ey! So, ich will gerne den verbesserten Rückschuss benutzen. Jetzt haben sie noch sechs. Wir sollen das angreifen. Schaffen die niemals. Das Geschütze ist online! Also, falls er mal hier langkommt. Aber wie sollen die das denn schaffen? Das ist ja der Wahnsinn! Wow! Ich bol den Vielf Kitty-Salen. den scheiß dann wäre da gewesen mit den vierfachen salvenkack ich hatte man seine rüstung sagen das modus automatik geschützt bereit oder zehn kills das ding da ist feuer hat ja halt schade mein automatik schützt geht gerade alles und wir haben die runde die erste ja aber da war die runde gewonnen oh man das ist ja richtig gut und sogar kills gemacht mit der waffe ok er sieht echt komisch aus der typ ne er muss stufe 35 damit wir hier die sache mal episch machen können ich sag mal episch eigentlich falsch ach so ich hab urlaub zu euren info also macht euch gefasst auf übertrieben viele videos das ist ja geile mit für das geschützt sein muss ich gerade mal so vermerken nein 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 reparieren reparieren das klasse dass er sofort wieder steht naja geht das schon machen hier war sehr schwer für die stufe 60 mutanten truppler nur wegen die deutsch habe ich das gemacht dann buch hat sich aber auch ganz kurz die wollen jetzt hier durch die wollen jetzt hier durch das wird nicht einfach für uns wir müssen hin da stationiere geschützt paket auf dem buch total verwirrt bin ich jetzt wo kamen die denn jetzt hier kriegen die neuen spawn erstaunlich gar nicht übertrieben da macht leider sehr wenig punkt damit schon nicht dass sie von da kam also das verwirrt mich jetzt komplett dann auch nicht im schwung ja mann der kann keine rolle machen wenn er in dem modus ist das paket ist wieder in unserem besitz das ist ja immer noch welche hier oder ok alles wird auf null ich sehe nicht oh verliefst er Ah, das hätte meiner werden können. Was war das denn? Hä? Was war das? Warum habe ich den Blitz abbekommen? Dieser Kampf ist so gut wie vorbei. Wir werden triumphieren. Triumphieren. Paket wieder gesichert. Okay, die haben keine Schnitte gegen uns. Der Schiff ist bereit. So. Ich würde den vierfach so... Oh, der hat mich doch geblendet. Nee, das war so ein Schuhi-Ersatz. Aber schön an reingedrückt. Das war ja fast zu leicht. Zapp. Granate auf den Weg. Der Geschütz ist ungeeignet. Komm, du bist episch geschütz. Das tut einfach nichts. Doch. Feuert. Die Rebellen werden fein. Granate bereit. Eingeschütz. Das ist kaputt. Automatikgeschütz aktiviert und bereit. Nichts. Nichts. Aufzug zieht. Granate kommt. Ah, wieso nimm man nur... Wer denn nur Assisting? Das ist doch unfassbar. Wir müssen da hinwerden. Wer heute fällt, stirbt als Held! Wer heute fällt, ist ein länger tot. Werfen Granate! Ah! Dann habe ich sie noch ein bisschen blockiert. Das wäre eine heroische Wunde. Haben wir schon gewonnen. Da kommen die nicht mehr dran, aber waren gut, haben sie gut geschlagen. Datenpaket wieder beschafft. Rechnet mit einem erneuten Überfall des Feindes. Sie fliehen! Sie dachten wirklich, wir würden aufgeben. Aber wir sind und bleiben Soldaten! So, dann müssen wir mal gucken, wie kriege ich das jetzt freigeschaltet, das Ding. Kein Team mit einer Liste. Dabei fand ich mich gut. So, hier leveln die nächsten. Sehr schön. Wir sind natürlich noch nicht fertig, keine Sorge. Freigeschaltet. Trainingseinheit. 25... Ach, das ist so doof, ne? So. Verbesserte. Das sind noch viele. Ich bin gerade überlegen, ob wir jetzt schon das Upgrade installieren dürfen oder ob ich jetzt das Spiel einmal verlassen muss, was ich auch ein bisschen dumm fände. Wir gucken mal, ob wir das Upgrade Tredix einheit bekommen. Eigentlich keine Herausforderung gewesen. 25 Kills, ne? Also... Hat so lange gedauert. Nein, 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 komm, mach doch da. Ach, such mal. Spiele fehlen, ne? Ne, muss ich einmal verlassen. Ich bin bescheuert. Nein, nicht Konsole. So. Da finde ich doof, dass du immer einmal das Spiel verlassen musst. Ja, na. So. Sorry. Oh. Na da. Ungeöffnete Kisten? Eigentlich müsste ich doch einer haben. Ne, gar nicht. Es gab nur Credits. Gut. Ähm. Sammlung. Da muss man schweren mal gucken. Ah, guck mal, hier so ein Ding dran. Mal gespannt. Das Ding wird auch sehr gerne genutzt, ne? Vorher hat irgendwie so die Raketen abgefektiv wegen Fahrzeug und andere Geräte. sind... Okay, das hört sich sehr geil an. Ist jetzt nicht so die Wucht, ich weiß. Dann... Kann man das auch? Tatsächlich, weil der will ich behalten. Das habe ich nicht weggemacht. Einfachsreich, ne? Dann fehlt keine Kürze bei der Zeit. So. Kontaktgranate ist weg, ne? Gut. Also auch der Schwere hat dann so eine Schütze. Das finde ich ziemlich geil. Gut, lass uns das versuchen. Lass uns das Ding mal ausprobieren. Ob ich jetzt ein, zwei Kills mehr machen kann. Und das machen wir dann in einen schönen galaktischen Angriff. Und währenddessen gucken wir mal in der Karriere. Was da als nächstes so ansteht, ne? Hier. Noch zwölf Kills mit dem... Okay, dann gibt's einen doppelten Swole. Obwohl der gar nicht so schlecht am Bild ist. Die brauche ich noch nicht. Hier. Ich brauche die Doppelsalve. Endor. Oh Gott. Von Endor nach Endor. Ja. Aber warum auch nicht? Nicht wahr? Nicht wahr? Schön. Wunderschöne Zeit. Hm. Bei bestimmten Klassenstufen schaltest du neue Standkarten für diese Klasse frei. Ja, unsere Klassen geht schon verdammt gut, muss man sagen. Also die sind schon sehr weit. Man sieht's ja. Wir sind ja fast mit allen Level 30. So, perfekt geschafft. Endor ist natürlich eine schöne kleine Map. Am Anfang aber nicht. Aber wir können ja mal was... Ich weiß nicht, auf welche Seite ich bin. Oh, das ist schon voll im Gang in den Schlag. Nein! Ernsthaft? Ich hasse sowas. Wir sind in Unterzahl. Wir verlieren die Basis. Wie kann denn sowas immer passieren? Wer hat denn noch so ein Problem? Immer wenn man irgendwo in der Map kommt, ist die gerade zu Ende. Und dann auch noch Niederlage. Das Spiel kommt gerade gar nicht klar. 21.000 Punkte. Alter. So, wo landen wir jetzt? Überraschung. Keine nach 21 oder 27 Minuten die Aufnahme abbrechen. Klonanlage, super. Aber das ist auch ganz gut, dass der schwere Truppler... Ah, so ein Vorführeffekt wieder, ne? So typisch Tim. Gut. Na, was habe ich geschafft? 0 Punkte? Ich habe einen Credit erhalten. Nur, dass ich Niederlagenschirm gesehen habe. Ah, letzter. Okay. Der braucht auch nicht mehr lange, bis er das nächste Level hat. Und das wäre 30. 26. 33. Specialist ist das schon 39. Auf jeden Fall, das wäre bald Level 30. Und der hier... Oh, die müssen wir auch noch ein bisschen putzen, wenn ich es mal. Die müssen 35 sein. Und die Blurk. Oh Gott, ich will dieses Blurk-Ding haben. Vierfach Salve. Das ist einfach das Killer-Killer-Ding, ey. War wahrscheinlich... Genau, wenn ich sie habe, patchen sie die schwächer. Ich sicher euch! Ja! Das ist voll ernsthaft. Achtung, Klone! Hier Kommandertag, CC 2801. Und ich verpflichte euch für mein Regiment. Camino will akzeptieren. Und ich brauche jeden von euch Kappsverein. Das habe ich einen Geschütze, ey. Das ist ja irre. Wir haben die erste Separatistenwelle besiegt. Was geht ab? Aber es kommt mehr. Sie wollen die Klo-Produktion stoppen, uns auslösen. Das ist gleich voll. Beginnt mit unserem Gen-Archiv. Geht in Stellung und lasst die Hacker auf... Eine Kontaktgranate habe ich auch noch gekriegt, okay. Das ist immer eine schwere Aussetzung, die der mitschleppen muss, ne, oder? So. Okay, sind wir hier drinnen? Jetzt wie viel stärker ist? Ich frage es zum Bezweifeln. Ah, toll. Warte, Granate scharf! Ich leiste Feuerschutz! Ah, warte. Oh, wieso? Weil einer an der Treppen stand. Das wäre so schön gewesen. Okay. Aber Punkte sind Punkte. Los komm, beil dich hier, Mann. Das dauert immer so lang. Vorsicht vor dem Kreuzfeuer! Was ist die Schüsse nicht für taugen? Feuerschutz, los! Was hab ich zerstört? Weg da! Triff was! Weg da! Weg da! Ach! Ach! Ich bin jetzt vorbei! Ach! Ich bin jetzt vorbei! Ach! Ich bin jetzt vorbei! Stimmt was! Wo bin ich? Wo? Was? Wo denn? Ob von dahinten? So ein Arsch! Gut. Ich hab immer noch nicht wirklich ausprobiert, wie das Maschinengerät schießt, ne? Mit den komischen Adapter dran, ne? Bis jetzt haben wir nur Granatenkills bekommen. Oh, sie sind im Gehnerkiss! Das Archiv wird angegriffen! Versuch sie aufzuhalten! Leichter gesagt als getan, ne? Wir haben ein Problem! Troide hackt das Archiv! Hier, das waren ja mal ziel... zielgenaue Schüsse als sonst. Die hätten das Archiv... Wo sind's denn? Ich hab mal die Schütze ausgenuteletten. Hecsequenz unterbrochen! Das Archiv ist sicher! Ich hab nie an euch gezweifelt! Und jetzt! He ikselber nichts! mein gott blenden blenden kompenden aber das geschützt gefällt mir besser die anlage zurückziehen was soll das denn säurewerfer der feind hält nicht an stark war der aber er soll sich jeden schritt mühsam erkämpft alle trupps verteidigt die lange pläste so lange wie möglich allein war weg gemerkt jetzt okay spielen ein bisschen unfair gerade schwarzes pilz keine ahnung höchstlicher landeplatz wird angegriffen da ist sogar ein spiel okay ich lasse das mit dem fliegen das ist bei mir verpackt gerade der östliche landeplatz entgleitet und versuche doch ein zweckes mit dem offizieren zu bekommen scheiße das heißt aber sie kommen da vorne ha zufall hier wollen sie hin Das müsste es. Aufgepasst. Das. Geht mir doch mal ab. Oh Mann, ich hab doch keine Schnitte. Oh, Vierfach-Boost. Ich brauch die Vierfach-Schusswaffe. Nein, fliegen können wir nicht. Bringt nix. Aber ich hab keinen Fall. Jeder Kill bringt uns leer an die Blurk. Vierfach-Salve. Für die Ehre unserer Brüder. Eine reingeärzt. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Die kommen natürlich aus der Errichtung. Da. Guck euch das mal an. Wie schnell die Butterfunk stirbt. Das ist doch nicht normal. Die Verstärkung ist unterwegs, aber sie ist nicht rechtzeitig da, wenn wir nicht durchhalten. Rückzug in die Anlage. Oh, guck mal, ich bin nicht der Einzige. Fliegen können keine. Mit diesem der Kasernen und dem Hangar Stellung. Und schützt wie beim letzten Mal die Bereiche. Wenn wir hier verlieren, haben wir nur noch eine Chance. Abwehrstellung. Wo wollen die denn hin? Okay, ein bisschen zentral. Und sie wollen reinkommen. Boah, irre. Wo kommt das Fremdfeuer an? Was war das? Scheiße, Sniper. Oh, darfst du Sniper, du Arsch. Wir sind Klone. Wir kämpfen und siegen. Wie kann man das? Ja, das wer kennt, ne? Kann ich's machen, nur der Sniper. Wir sind ja die Kanten in der Kasernen. Ziele, ich weiß nicht, wie ich sie macht. Überlegen, da verbündet er auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Granate auf dem Wind. Die Jagd ist still. Oh, was hat er denn jetzt schon mal gemacht? So ein Arsch. Ich dachte, ich hab den schön geblendet und kann den jetzt schön ausschalten. Aber no. Das war nicht so. Ich hab jemand geblendet, aber mich auch. Für die Republik. Scheiß Gas. Was ist denn, die Arscher, die so gut sind, mit dem Held. Die Rücken zum Hangar vor. Das ist ja so krass. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Die Granate auf dem Weg. John Fireheart. Oh, ich wollt' da nicht schlagen. Die Manuel sind dumm. Assists, die ich krieg. Anger wird angegriffen. Anger wird angegriffen. Die sollen da... Oh, die greifen wir dann an. Aber eigentlich war es nur ausführlich mit dem Team. Geschütz online! Das ist der Kackschwinde. Für die Ehre unserer Brüder! Gesehen? Hilfe! Ich komme mir so schlappig vor mit dem Blaster hier. Wie ist der denn gelaufen? Dafür Granate! Irgendwie läuft der voll komisch, ne? Ist das schon zu Ende da? Ne, ne? Ja. Rückzug und Sammeln! Unsere Verstärkung ist schon ganz nah. Aber das ist unsere letzte Chance. Als nächstes werden sie den Fusionskern abschalten wollen. Und das ist genauso schlimm wie es klingt. Automatik geschützt! Er ist ja krümmend, ne? Für die Kraunarmee! Ich kann sie ja sehen. Da kommen sie. Irre, ne? Was für eine Reichweite hatten wir das geschützt? Zwei Meter? Ist ja eine nervige Pelle, Mann, ne? Nein, geschützt! Alle geblendet. Keine Witzka. Oh, ein Yoda ist übrig. Ja, super! Wer macht meine Verbündete ist. Wer macht meine Verbündete ist. Ein Jöderchen war mal übrig. Da ist er. Es leuchtet schwer. Leuchtet schwer. So, die haben doch richtig viele Leute, ne? Was macht der denn hier? Was macht der denn hier? Mach dich nicht! Kampf ist fair! Oh Gott! Kann mich nicht bewegen! Was ist jetzt los? Kann mich nicht bewegen! Oh Mann, ey! Ich wollte da reinjumpen. Was ist denn blöde? Imperator? Blöde Imperator. Hasse dich! Am Kontrollfeld des Fusionskerks steht ein Druide! Na, die Nadel ist auch schon fertig. Warum explodiert denn da so viel? Das schnelle ich nicht. Was ist denn der? Der steht in der Ecke. Oh Gott! Ich sichere euch! Ja, wenn dir die Helden gut einsetzen, hast du keine Schnitte, ne? Fusionskern sofort wieder sichern! Oh, der Dämmstler nicht. Der Dämmstler nicht. Nein! Wir haben einen Freund im Einsatzgebiet! Eine schöne Niederlage. Viel von seinen Helden gehabt. Wir haben versucht unsere Heimat zu verteidigen. Und sind gescheitert. Oh! Camino! Meine ganzen Brüder! Na gut, kann passieren. Alles klar! Hat aber trotzdem Laune gemacht. Wir haben hier wieder was geschafft. Also wieder näher dran an der Blurk vielfach. Und dann habe ich die absolute Blurki. Oh, Yoda. Der levelt auch bald. Der schwere auch. Mein Gott! Darf ich ihn irgendwann mal drauf drücken? So, hier 62. Fehlt noch ne Menge. Bis zum nächsten Folge. Bis dann!